hallo und herzlich willkommen zurück zu right of passage kind des waldes ja wir spielen heute wimmelbild wieder willkommen zur zweiten folge und moment ja hallo kamera hier bin ich wieder zurück wie versprochen mit der kamera heute und natürlich auch wie immer was ich versuche durchzusetzen die lustige hüte edition habe ich was vorbereitet bevor wir jetzt los spielen warte kurz moment ich zeige euch was ich vorbereitet habe moment so guck mal hier dieser hut soll es heute sein in der kamera so wir spielen heute mit diesem lustigen hut und ja ich würde sagen es geht direkt weiter ich bin gespannt wir haben das letzte mal manchmal gerade überlegen genau wir waren letztes mal hier in dieser reich das haben wir bekommen genau amulett stücke ein scharfer stein ein kreuz und ein karten stück haben wir noch übrig das heißt wir müssen sehr wahrscheinlich die restlichen drei karten stücke noch finden und das amulett da das konnten wir irgendwie zusammensetzen ich weiß nicht mehr genau wie es war wir gehen mal kurz schnell zurück in die eichenstraße also stimmt hier saß der typ genau und wir waren gerade dabei zu gucken wie es hier weiter geht da würde ich sagen tun wir das einfach mal da oben ist der leuchtturm ja was ist mit dem ich muss doch hinauf das ist natürlich so eine sache hier können wir noch nichts machen hier können wir das können irgendwie durchschneiden ich muss irgendwie das seil entfernen na gut ich muss irgendwie das seil entfernen mit einem scharfen stein vielleicht ja wer ist das die frau hat es echt eilig es kommt mir irgendwie bekannt vor was das für ein gruseliger junge der hält irgendwas für uns ah die eichel guck mal da wir können wieder tagebuch lesen also lesestunde die frau in weiß ich erhaschte einen flüchtigen blick auf auf eine frau in einem langen weißen kleid im mondlicht sah es sah sie bezaubernd aus aber sie verschwand so schnell wie sie aufgetaucht war bin ich mal gespannt was steht denn da wald betreten verboten aha jeder mann weiß dass der wald gefährlich ist keine ahnung warum die behörden diese dinge überhaupt drucken lassen wieder ins tagebuch bleib fort jeder mann in der stadt weiß dass der wald gefährlich ist seit dem letzten ritus des waldes sind die bäume und pflanzen der umgebung böse geworden und halten uns in der stadt gefangen die armen leute die können also gar nicht mehr raus aus der stadt aus der stadt ähm sind da drin wohl gefangen was ist was war das so was können wir hier hm hier ist eine runde vertiefung da fehlt wohl irgendwas können wir da irgendwas einsetzen ein kleeblatt vielleicht nö wir gehen mal wieder zurück äh ah was ist mit dem baum die bäume sehen aus als wären sie einer gruselgeschichte entsprungen leider sind sie doch real hm was ist das da ist die frage oh ein bienen äh äh ich muss die bienen loswerden ok können wir da sonst ne da kann man wahrscheinlich gar nichts machen hm haben wir irgendwas dabei da können wir noch lang leuchtturmgasse guck mal der junge der hat auch noch was oh das kriegen wir äh stumfer bleistift das heißt wir müssen den bleistift erst spitzen und das tuch hätte ich doch noch gerne gehabt eine hübsche statue als würden den ritus ohne sie vergessen ritus junger mann was willst du uns sagen hier kommen wir nicht hoch ah das war das okay wir gehen einfach mal ein stückchen weiter und gucken was da so ist oh ah die nächste gasse nummer 9 hier liebt mr baker bester kartenspieler der stadt als wir kinder waren füllte er uns kartentricks vor ok statue des tapferen was ist denn das oh guck mal wie süß eine mieter katze äh ein hamsterrad alter das fordert mich so intellektuell hamsterrad was felix gehört unser felix gehört unser nachzahn aber sucht uns häufig er ist ein richtiger schatz was ist denn hier ein mäuslicher findet man immer etwas aber ja klar du kommst in eine stadt du greifst erstmal in irgendwelchen mäuslöchern rum ist klar und überall diese komischen hellen pflanzen da was das wohl sein mag eine weinkiste wer lebt denn in nummer 6 das haus steht leer solange ich zurückdenke an felix der kater aus der nachbarschaft betrachtet es 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 ist es als zweites zu hause was ist da der leuchtturm liegt auf der anderen seite der brücke was ist das der wald hält uns nicht auf wir verlassen willowridge kommt mit aha wieder was fürs tagenbuch schauen wir nach macht mit verschiedene bürger haben bereits versucht aus der stadt zu fliehen und sind kläglich gescheitert trotz dieser fehlversuche gibt es immer noch leute die meinen einen ausweg gefunden zu haben dies ist eine art werbeplakat für jene die ihr leben riskieren wollen um durch die barrikade des dunkelwalds zu brechen aha 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 das ist eine art widerstand weil sie angst haben vor den bäumen die die stadt wohl bedrohen was haben wir hier ein schwarzes loch ok können wir da vielleicht das ne das können wir nicht schließen ich dachte vielleicht können wir da das amulett rein tun was wir gefunden haben aber so weit sind wir doch nicht wisst ihr was wir gehen mal zurück äh wo war der hamster nochmal ich glaube der war in einem schraubfenster genau hier bei diesem komischen typen hamsterrad geht das nö hamsterrad hamsterrad kein hamsterrad ok was können wir noch machen ein stumpfer bleistift können wir den vielleicht irgendwie an hm was könnte ich nur damit anstellen ja vielleicht spitzen wir werden das wir gehen mal noch ein stückchen weiter ich hab keine ahnung was da ich bin von uns verlangt was haben wir denn hier ah seht mal das zweite kartenstück ach guck mal da die nächste eiche ich glaube in jedem solchen in irgendein solcher szene finden wir ah guck mal nee nee wir brauchen das genau das brauchen wir und dann können wir hier das kreuz einstecken wir kriegen ein was kriegen wir eine klübirne äh ne mit klübirne ok hier können wir sonst nichts mehr machen das war ja sehr sehr schwer was ist das ist auch nichts da hinten können wir noch was ist das in diesem kleinen haus fehlen die fenster und nö müssen wir jetzt fenster einsetzen oder was hier ist auch nichts mehr wir haben jetzt eine klübirne ne komm wir gehen mal zurück wozu können wir die wo war es irgendwo dunkel ich weiß das schon gar nicht mehr ne da war es überall hell also wir halten hier eine menge gegenstände ach so was ich noch erzählen wollte ähm wimmelbild weiß ich nicht ob ihr das kennt da gab es früher also ich hatte da früher als kind so kleine bücher und da konnte man immer da waren immer so kleine sachen versteckt die man suchen konnte und das ist eigentlich das gleiche vom gleichen prinzip her was war da oben nochmal hat diese komischen augen äh nur dass man da halt das ja klar jetzt ist es ein pc spiel früher war es ein kleines buch und das können wir jetzt auch hier elektronisch spielen so hier war noch irgendwas ich habe keine ahnung das hamsterrad nö haben wir was übersehen natürlich jetzt die frage da hängt noch was noch ein kartenstück vielleicht müssen wir erstmal vier kartenstücke sammeln bevor wir weiter können dieser komische junge der leuchtturm ich muss da den auf ja gut das wissen wir schon ah das ist das da müssen wir vielleicht die bienen irgendwie ausräuchern oder so da ist auch noch verschlossen ne hier ist nix leider also right of passage übersetzt heißt umgangssprachlich erwachsen werden also groß werden ich denke mir das hat auch mit dem kleinen jungen da zu tun dass der irgendwie vielleicht später noch eine rolle spielen wird diese statue vielleicht erwacht er auch zum leben aber jetzt bei solchen spielen leider nie so was ist denn hier ach hier ist der kater äh schwierig hier ist auch nix ach hier können wir vielleicht ne glühbirne ja gut da muss man erstmal drauf kommen äh was müssen wir jetzt machen ich habe keine ahnung wie das ich habe keine ahnung wie das ist ok wir müssen das ah ok das schiff jetzt haben wir jetzt habe ich es verstanden das schiff folgt dem anker das heißt wir müssen das schiff äh ganz geschickt um die felsen herum begleiten sonst macht es kapeng boah ist das ein game ey boah geil guck mal ziel oje jetzt wird es schon schwieriger jetzt haben wir hier gewitter das gewitter herum was ein spannendes spiel ich möchte das den ganzen tag tun oh das war nix oh das war wieder nix das heißt wir müssen das gewitter immer abwarten ja so kurz warten das ist so spannend jetzt können wir vorbei ah und da oben ist die balken aufgeladen wann wir das spiel überspringen können aber das machen wir natürlich nicht wir wollen das spiel ja fertig spielen ich muss eine bestimmte Klühbirne einsetzen ich habe das so im gefühl so wieder hier um den die musik ist auch sehr geil was ist das mit dem blubbern da oh ah ich habe ich weiß wir müssen das viel versuchen zu locken hast du schon cool gemacht komm schon oh äh naja war ich ein bisschen unvorsichtig achso Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hä? Ich warte, ich weiß, vielleicht können wir das irgendwie austricksen. Das ist gar nicht so einfach, wie ich es am Anfang dachte. Das Anfang des ersten Levels war bestimmt nur so zum Warmwerden. Na los. So, jetzt sind wir vorbei. Langsam. Und hier ist nochmal so ein Monstrum. Oh, oh. Komm schon. Na los. Sehr gut. Das haben wir direkt beim ersten Mal gepackt. Ah. Alter. Endlich ist der Weg zum Leuchtturm frei. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Da hinten stehen schon wieder so komische Typen. Können wir noch was untersuchen? Ah, guck mal, eine Münze. Pling, Münze. Da kommen wir noch nicht dran. Ich komme nicht daran, weil ich meinen Arm nur bis zum Ellenbogen hineinstecken kann. Na klar. Nur bis zum Ellenbogen, ist mir klar. So, Lüge. So, die Münze können wir hier einsetzen. Da. Komm. Und wir kriegen den Puppen. Ne, wir kriegen nicht den Puppen haben. Alter. Statue am Tag der Erinnerung. Enthüllt. Nach 20 Jahren er hat Willow Ridge dem Jungen, der während des Ritus verschwand. Ah. Mhm. Bürgermeister Leuchtturm ist unsere Rettung. Da ist wohl was passiert mit dem Jungen. Erinnerung an den Tapferen. Jedes Jahr findet eine Gedenkfeier an dem Abend statt, an dem vor Jahren ein kleiner Junge, äh, ein tapferer Junge im Wald verschwand. Das war auch die Nacht, an der die Dunkelheit begann. Wir nennen diesen Tag den Tag der Erinnerung. Kürzlich wurde in Willow Ridge eine Statue enthüllt, die dem 20. Gedenktag kennzeichnet soll. Also, da ist ein kleiner Junge verschwunden, die Statue. Da haben sie ihm zu Ehren die Statue aufgestellt. Und das ist auch der Grund, warum hier wahrscheinlich solche mysteriösen Dinge vor sich gehen. Spannend. Wir haben den Puppenarm. Mit dem Puppenarm können wir der Puppe ihren Arm zurückgeben. Äh. So. Uh. Was kriegen wir dafür? Ein Souvenirtrache. Können wir da sonst noch was tun? Ah ja, stimmt. Das ist ein kleiner Hamsterlein. Das müssen wir irgendwie noch locken. Ist da hinten noch was versteckt? Vielleicht noch eine Eichel? Nee, nix. Ja, da würde ich mal sagen. Betrachten wir doch mal die lustigen Leute. Aufgabe abgeschlossen. Gelange zum Leuchtturm. Wow, da oben brennt es wie verrückt. So, jetzt. Jetzt hören wir uns einfach mal an, was die zu sagen haben. Können auch noch ein bisschen gucken. Hier ist noch was. Amulett Aufkauf. Besitzen Sie Amulette der alten Stadt? Ich kaufe sie Ihnen für einen fairen Preis ab. Klar. Nehmen wir mit. Amulett Aufkauf. Seit Ale anfing zu träumen und sammelt er Relikte der alten Stadt, eine uralte Zivilisation, die dieses Land lange vor der Gründung von Vilevich bewohnte. Er behauptete, dass diese Relikte insbesondere die Amulette spezielle magische Eigenschaften hätten. Ja, das haben wir ja schon im Intro gesehen. Die uns vor dem Wald schützen könnten. Auch wenn die Amulette selten sind, besitzen einige Familien der Stadtwelt davon, so wie ich auch. Alle erhofften sich, die Studienzwege sammeln zu können. So, da hören wir mal an, was... Oh. Aha, die Tür ist von innen verschlossen. Ja, ihr Idioten, wenn ihr so hinten rumhampelt, dann wird das auch nichts. Ah, ich verstehe, eine Backdoor. Okay. Und jetzt? Kriegen wir ein Feuerlöcher, oder was? Na gut. Neue Aufgabe. Finde einen Weg in den Leuchtturm. Alter. Hinter der alten Standuhr in unserem Haus befindet sich ein Noteingang, wenn ich nur wüsste, wie ich Zugang erhalte. Da ist ein Blumenstock. Meine Blumen bergen ein Geheimnis. Meine Blumen? Ist das ihr Haus? Gucken wir mal. Das ist ein sehr hübsches Haus. Und das sage ich nicht nur, weil es mein Haus ist. Ah, okay. Also hier wohnt die junge Dame direkt am Leuchtturm. Klar, was für ein Zufall. Was macht der Briefkasten? Oh, ein Brief. Briefumschlag. Mit bloßen Händen kann ich es nicht bewegen. Ja, klar. Die kann gar nichts. Eine Souvenirmaske. Die Tür ist verschlossen. Jo, verschlossen. Können wir sonst nichts machen. Ah, guck mal. Da ist das letzte Kartenstück. Was können wir damit... Ah, können wir irgendwas tun? Was ist das? Einige Kartenstücke fehlen. Dann tu rein. Diese Karten können sich jetzt nützlich erweisen. Ich kann alles aufzeichnen, was in der Stadt passiert ist. Und wir erhalten... Einen Dosenöffner. Klar, falls wir aber Hunger haben. Der große Leuchtturm. Der stumme Wächter dieser Stadt. Und Alain's zweites Zuhause. So, die... Ja, die haben Spaß. Äh, ja. Was hat er gesagt? Ja, okay. Das wissen wir schon. Was haben wir denn hier jetzt? Ein Flaschen... Äh, Feuerlöcher. Einen Dosenöffner. Souvenirmaske. Souvenirdrache. Eine Glühbirne. Was? Gucken wir mal auf die Karte. Ah, da können wir... Das ist ja cool. Da können wir sehen, wo wir halt schon waren. Hier, das Zeichen. Zeichnet auf, dass wir da schon gewesen sind. Da ist noch was. Die Äste können einen Menschen kurzerhand ein Stück reißen. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Da flüstert einer. Das Spiel macht mich wahnsinnig. So, da ist Feuerlöcher. Und da ist ein Schlüssel. Ah, stimmt. Das war das mit den Fenstern. Dosenöffner. Katze. Können wir gehen mal noch ein Stück zurück? Das ist eine komische, hübsche Statue. Ja, ja, ja. Ritus, irgendwas. Bla, bla, bla. Da können wir nichts machen. Da hinten haben wir alles gemacht. Hm. Das ist gar nicht so einfach. Was war da oben? Vielleicht mit dem Dosenöffner Tic-Tac-Toe. Nö. Die Uhr, da kann man auch... Also hier können wir irgendwie Tic-Tac-Toe spielen. Aber mit wem? Und die Frage ist natürlich, was brauchen wir dazu? Der ist jetzt immer noch... Ja, doch. Gut. Ist in Ordnung. Ich nehme mir das zu... Futternab, stimmt. Ah, da müssen wir bestimmt eine Dose finden. Und in der Dose ist irgendwas drin, was wir einem kleinen Hamster geben können. Können wir hier... Warte, immer diese komische Mücke darüber. Können wir hier vielleicht irgendwas einsetzen? Dosenöffner, Souvenirmaske, Feuer... Feuerlöcher, Souvenirdrahe... Vielleicht das? Ne, das wird nicht funktionieren. Okay. Ne, da können wir noch gar nichts einsetzen. Oder können wir das Amulett vielleicht zusammensetzen? Wir gehen nochmal gucken an den Leuchtturm. Pech mit dem Dosenöffner? Ne, das wird nicht funktionieren. Wo habe ich hier eine Schlüssel versteckt? Ja, wenn du schon nicht mal weißt, wo du deine eigene Schlüssel versteckt hast, dann tust du mir echt leid. Ah, guck mal da. Das bringt uns zwar jetzt nicht im Spiel weiter, ist aber ein schöner Nebeneffekt, den wir gerne mitnehmen. Da steht eine Flasche Milch. Den könnten wir doch... Oder ist sie leer? Ich glaube, sie ist leer. Ach, die Idioten. Können wir da vielleicht irgendwo rum? Ne, da ist nix. Naja, jedenfalls, das war es auch schon wieder von heute. Die 20 Minuten sind rum für die heutige Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss.